Mütters Vorstellungen und Blechblasen vom Bertl Mütter Februar 2011 Mit der Hoboe ist das auch so eine Sache. Wie es überhaupt mit allen Sachen so eine Sache ist, wenn es etwas auf sich hat. Das erste Mal eine Oboe in echt gesehen und gehört habe ich erst bei der Militärmusik. Der Oboist ist mittlerweile höchst erfolgreicher Leiter der Wiener Sängerknaben dieser ältesten Boygroup der Welt, wie sie sich seit seinem Dienstantritt schnittig nennen lassen wollen. Kennzeichnend für viele Oboisten, vor allem die männlichen, sie mögen darauf nicht erbost sein, ist eine gewisse ohne Zweifel die Spielfreiheit gewährende, steife Haltung des Instruments vom Körper weg. Dazu quellen die Augen aus ihren Höhlen, oftmals gefährlich nah am Herausklubschen. Ich weiß nicht, ob es Untersuchungen über Korrelationen zwischen Oboespielen und bestimmten Schilddrüsenleiden gibt. Von kropferten Oboisten jedenfalls ist wenig bekannt. Dass die Oboe in einer Blaskapelle mit einem so unbrauchbaren Ton wie dem eingestrichenen A den Stimmton angeben sollte, war seit jeher eine usurpatorische Zumutung. Das ganze Orchester, zumindest die stammdischmäßig relevanten Instrumente des Blechs und die Klarinetten, schwingt doch auf B. Und da kommt so ein dünner A-Zutzler daher und alle sollen auf einmal nach seiner Pfeife tanzen. Wo kommen wir da bitteschön, frage ich Sie hin, mit uns, nicht. Meine Blasmusik verzichtete auf sämtliche Doppelrohre, Punkt um. Er hatte Augenblau wie Pflaumen und einen Biedermeierdaumen, mit dem er konnte, was er wollte jederzeit. Georg Kreisler, Sie wissen schon, ich mag den. Georg Kreisler muss bei Marie Galetta an einen Fagottisten gedacht haben. Beim hölzernen Schornstein des Fagots, der doppelröhrige Doppelrohrblättler ist sein eigener Paar der Familias, nicht die tiefe Version der Oboe. Obacht, dieser hölzene Fagott-Schornstein beeindruckt mit seiner Daumenfertigkeit, die dem bedauernswerten Fagott-Adepten abverlangt wird. Vier rechts, neun links, muss er mit seinen Daumen ertappen. Unglaublich, dass man mit so einem unhandlichen und heiklen Ding, man bedenke den permanent bedrohten Essbogen, derart alert triulieren kann, gastakato auf einem Ton, sodass sich die traumhaftesten Sommernächte virtuos und trollig illustrieren lassen. Zumindest im großen Orchester dringt es selbst im Tutti durch. Nicht separat hörbar zwar, aber so, dass es im Spektrum abginge, schwiege es. Durchdringender ist jedenfalls das Kontrafagott, diese vielfach gewundene Klanganakonda. Erwin Schulhof hat sie seine Bassnachtigall genannt, weil es ganz unten im Schnarrregister subblökt und beim ersten Satz der sechsten Maler massiert es einem jedes Mal wohlig, schaurig das Steißbein samt Umgebung. Und da reden wir noch gar nicht vom segensreichen Kontraforte. Mein Trost im Kreislerlied, der einzig Überlebende, Held und Liebhaber, in der letzten Strophe ist Posaunist wirklich wahr. Naja, treffen wir uns zum Abschluss in der Mitte beim Englischhorn, dem Ibis unter den Stechsaugern, das ohne Zweifel einem Ameisenbäreninstrumentarium entstand. Ich habe einmal ein Solostück geschrieben, das sich Pur-Elise-Oryctorop-Bleu nennt und dem Erdferkel, nicht Ameisenbär, Elise aus dem rosa-roten Panther gewidmet ist, seinem stets vergeblichen Streben Charlie aus seinem Termitenbau zu saugen. Auch meine erste, etwas abstrahierte Begegnung mit ihm hatte mit der Nahrungsaufnahme zu tun zur Kommunion. Über diese Oboe nach dem Stimmbruch, die stattgehabte Mutation, ist am Knick des Doppelrohrs erkennbar. Ist in der so verdienstvollen Online-Enzyklopädie zu lesen, in schmerzlicher Melancholie singt das Englischhorn die Hauptmelodie. Nicht singt, es singt. Es ist ein... Mit der dieser verinnerlichte Satz in erhabener Ruhe ausklingt. Bei uns war das englische Horn Mitte links vom Oboenregister der Kirchenorgel. Jedes Mal, wenn das heilige Brot besonders feierlich erhaben, verdaut werden sollte, drückte Darko Dorf aus seinen neuweltlichen Worshak in das für diesen Betonhochbunker zu mächtig dimensionierte Instrument. Der Klang hat berührt. Aber immer wenn die Rede auf Kitsch und allzu große Gefühle in der Musik kommt, assoziiere ich unwillkürlich diese hochamtliche Standardsituation. Mittlerweile aber erfreue ich mich sehr an seinem klagenden Klang, ich sage nur Tristan, aber auch an seiner Fähigkeit zur virtuosen Skurrilität oder skurrilen Virtuosität. Und dass das Wörtchen Skurril dem Etruskischen entstammt, scheint auf eine gewisse Verbindung in ein sehr spezielles, unterweltliches Reich hinzuweisen. Oh ja, die Etrusker oder auch die dorischen Erbauer von Pestum haben allesamt Doppelrohrblätter in ihren Schilflandschaften gebastelt und musst du als Doppelröhrer ja in der Tat etliche Zeit aufs Einweichen und Binden und vergebliche Vogellockrufe ausstoßend verwenden. Manche spinnt die Sire mehr als 50% ihrer Zeit. 50% vom Holz haben wir nun also durch. Jetzt kommen die Klarinetten und dann die Saxomaten. Vielleicht schon in den nächsten Vorstellungen, sonst seit später jedenfalls hundertprozentig. Herzlich, Ihr Bertl Mütter 1. 8. 10. 12. 15. 15. 15.